jo leute was geht hier ist euer player ron ja und wie im hintergrund hörbar ist ist das jung gümlich ne ne er tut mich ein bisschen coachen ja und let's go dann kommt heute abend online oder teams keine ahnung ja wir lassen uns mal überraschen ich habe jetzt voll den uhrwurm von diesen wie heißt er noch mal vita dieses kennst du das ja hat sie jetzt hab's hochgeladen ja ja aber ist auch klar die musikbranche ist beliebter ok zwei schulschauer ich lande sollte sollte geht im action ab wie immer mir gesagt habe das sind keine bots das sind eher so handy spieler ich habe keine waffe doch da hallo wo bist du ich hab dich gerade gehört auf dem dach guck das ist jetzt ein bot der braucht direkt nur noch einen dach hä wo ist er ich höre den die ganze zeit der ist auf dem dach hat das ist trinkt das sind echte bots, das sind keine schlechten spieler, das sind echte beim computer gesteuerte spieler ich find das doof irgendwie warte soll ich, nee gar nicht nehm beiß mit wenn ihr mal die muni box hinterm seid ich muss kaum pumpen ich hab 20 was machst du lieber, tag oder pump unterschiedlich, ich find die pump die es jetzt in fortnite gibt, die ist stark irgendwie nice, pump das leider genau im gegenteil, weil die ist schlechter geworden gegner, rechts von mir das ist auch ein botkiste ach egal, ich hab schlecht gespielt das war jetzt kein bot, sondern ein besserer spieler, aber auch nicht der beste das war kein bot, das war ein schlechter spieler ja ich muss grad die tür aufmachen aber solange kannst du mit dem livestream reden es ist schon mal ich will gehen 15 2 3 3 5 4 4 5 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich höre dich zweimal. Was? Ich höre dich zweimal. Einmal streamen und einmal piffen. Da kann ich leider nichts machen. Ich höre dich nicht. Ich frage mich, warum looten die die großen Häuser nicht? Ich weiß noch gar nicht. Oh, das ist eine besondere Kiste. Was gibt es denn da noch? In die P90? Ja, schon. Okay. Da ist noch einer. Dinger, ist denn alles Boots? Das ist unglaublich, Dinger. Wie spielen die denn? Hä? Nein. Mein Controller funktioniert nicht richtig, da ich den nicht aufgeladen habe. Perfekt. Was? Oder? Egal, schau es drauf. Sind hier noch welche? Zwei haben hier gefeiert. Zwei haben da... Hau mal aus, wirst du irgendwann mit einer Facecam spielen? Ich hatte das mal vor. Das Problem ist... Ich brauche einen... Konverter für die Playstation und die sind saue teuer. Und was ist das mit einer Handcam? Wie eine Handcam? Ja, die, die nur die Hände filmt und ich kann mal... Nee, das klingt ja nicht bei Controller gar nichts. Das wäre was für ein PC. Das würde aber wegen dem gleichen System nicht funktionieren. Wie viel kosten die Dinger? 150 bis 200. Oh. Die sind zu teuer, finde ich. Hammer, will ich einen Controller für 100 Taken kaufen, ne? Na ja, lohnt sich mehr als so ein scheiß... ...Switch-Gerät. Warte, ich füge bei dir in den Chest. Warte, ich füge bei dir in den Chest. Warte, ich füge bei dir in den Chest. Ja, genau. Nein, mach erstmal die Truhe aus. Ich finde, diese Minigun ist so unnötig. Ich finde, diese Minigun ist so unnötig. Kannst du das einstellen, oder? Nein, nein, das läuft für eure Playstation. Wollte ich einen Stream auf meinem PC machen, könnte ich das einstellen, aber... Ja, mach das doch. Das Problem ist, dass... Wie heißt das? Da ich meine Playstation nicht mit meinem PC verbinden kann. Oder geht schon, aber mein Internet reicht dafür nicht aus. Wie? Ich spiele nicht mit dem LAN-Kabel? Doch, mein PC hat LAN-Kabel. Aber... ...wegen dem PC, da zieht sehr viel weh, ne? Deswegen klappt das dann nicht mit dem Playstation. Ja, so. Alter, wir hatten hier gelootet, hätte alles liegen lassen. What? Hä? Also hier ist die Kiste. Ach. Fick dich so, scheiß Mini. Oh, Biggie. Kannst du anfangen hier. Perfekt. Du weißt aber, dass das Fenster aufsicht. Dass das Rollo unten ist. Oh, meine ich. Du weißt ja, wo mein Klavier steht, ne? Hallo? Ja? Du weißt ja, wo mein Klavier steht, ne? Mhm. Ich bin jetzt einfach in dieses Zimmer eingezogen. Als ob. Von ganz oben nach ganz oben. Weißt du, was das bedeutet? Die DNA-Box ist ganz oben. Jetzt haben wir gestern bei Mediamarkt so einen Verstärker geholt. Und der steht jetzt im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob der funktioniert, aber... Aber warum bist du so gewechselt? Oben hatte ich nicht mehr so viel Platz, weil... Das ist ja direkt unter dem Dach und da ist ja so das Schrie. Und warum ist das so gewechselt? Aber ich bin echt echt geil geworden. Sch unless ich mir verstellen. Sieht doch mal aus. Das ist richtig, dass man geht. Lama! Lama! Öffnen wir mal ganz kurz die Netzwerke. Ich hab guten Loot. Ah ja! Was ist denn das für eine Muni? Du hast gerade 30 AR Schuss bekommen. Wer ist er denn? Ach für Scheiße. Er wollte ein Delfin sein. Er muss auch einfach mal ein Delfin sein. Ach du Scheiße. Boah! Mann! Ne! Wer muss bestätigen sein? Hallo? Hallo? Ah bin ich dumm! Mann doch. Hallo? Umruft ja? Ne? Ja, das fühlt sich um die Jürgen in den Boden rauskriegen. Ja, nein. Ich hab die Jürgen in den Boden rausgeführt. Nein, nein. Ich hab die Jürgen in die Boden rausgeführt. hier hat er noch ein gegner so ist ja wir sind nirgends mehr gegner wie kann man denn das umändern wie dumm ist das das kommt halt darauf an wie du selber spielst wenn du zum beispiel viel brauchst dann bekommst du bessere boste als wenn du wenig brauchst ich bin gar nicht in der zone nicht dumm ja 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 Vielen Dank. Hallo? Da bin ich mal wieder. Can? Hallo? Grüß dich. Wer versteckt sich denn da drin? Ich check dir mal im Bild, so wie ich es jetzt hier aufgebaut habe. Hä? Der ist mir da reingegrenzt. Wie viel Leben hat der? Warte, da kommt ein Gegner. Was für ein Bot bekommt der denn? Egal, 20.000 RP. Dinger, das sind beide Spots. Der eine ist mir voll reingerannt. Okay, dann wie das wollt ihr. Hoffentlich... Guck mal bei Whatsapp. Dein PC-Setup. Nee, nicht PC, aber... Digga, soll ich dir ein Bild von meinem PC-Setup zeigen? Alter, komm, wie um aufgeräumt ist es. Ja, bei mir ist es auch noch aufgeräumt. Ja, aber meins ist gar nicht aufgeräumt. Ich wollte aber jetzt auch demnächst so Dämmungs-Material kaufen und an die Wand kleben. Perfekt. Ich hab's geschickt. Ich hab's geschickt. Ich bin deine Party gedrungen. Das ist gut. Ja, ja. Ich möchte mich nicht mehr telefonieren. Ich höre die Anstrengung doppelt. Ach scheiße, jetzt sehe ich aber nicht mehr so dazu. Gott, du kannst mir joinen und dann zuhören. Ich mach dann aber auch nur Zuschauer-Modus. Ich darf noch gar nicht richtig zocken. So kann ich dich dann besser coachen. Ja. Und mit Delay ist kacke, ne? Immer wenn du stirbst, dann sehe ich noch wie du gerade Mini-Trinkst oder so. Keine Ahnung. So, so. Hose. Digga, jetzt muss ich mir auch noch ne Jeans anziehen. Scheiße. Ich kann ja auch gleich mal ne Runde zum zocken und kann zum mir zu gucken. Okay, ich hab meinen Controller gewechselt. Perfekt. Hast du gehört? Du kannst mich ein bisschen coachen. Mhm. Kannst du mich ein bisschen coachen. Meine Fortnite-Kenntnisse. Ich bin mal kurz weg. Ganz kurz Headset absetzen für Pulli aufziehen. Geil, ich hab keine Waffen. Geil, ich hab keine Waffen. Ey, geh weg du Peach! Ich hab keine Waffe! Ja, Alter. Drecks viel. Ich hab keine Waffe. Warte mal gehen. Warte mal gehen. Keine Runde. Warte mal, mein Lobby ist privat. Das wärs ja jetzt gewesen. Ja, ich hab keine Waffen mehr mal. Komm, starte. Ich muss jetzt eigentlich gehen, aber egal. Däum mir mal. Kannst du zu gucken. aber es kann sein dass ich die runde einfach abbrechen muss weil ich halt gleich gehen muss ist mir schon gejoint ich wollte ich glaube ich habe es gott eingestellt vielleicht bekomme ich ja so mehr bots das geile an den bots ist die farmen die ganze runde und dann gehst du dir killen und dann bekommst du die match ich kann dir gar nicht zuschauen hast du noch nicht kann nur bereit machen dann verlassen wir noch mal und join mir noch mal ich kann nicht mehr verlassen da doch jetzt vielleicht bist du zu früh jetzt zu gucken ich sag dir einfach was passiert ich hab sie schon als ob wir gehen müssen komm schon du bist aber kein Bottiger ach scheiße ich habe ja mit emro heute morgen noch gespielt um zwei uhr ich gehe gerade einpushen hab eingepickst hast du mir noch nicht zugucken und ich bin in der neuen Wunde deswegen ok Solty oh der Bus fliegt direkt über Solty ist doch geil ich freue Solty ist glaube ich die Stadt wo die meisten hinfliegen weil die so zentral ist ich hab einfach was mit Kaffee kalte eis ist geil axena 123 wie geht es dir nein ich habe keine waffe doch jetzt eine pistole wow okay ich habe zwei kills und das waren keine bohnt die gab wie schwierig oh mein gott mit 40 hp gewonnen oh mein gott hat gerade anders gespielt mir geht es auch gut der eine falle ich glaube ich bin einfach eine falle gelaufen als ob ja neun kills und dann einfach eine falle das haus ist sogar ungebotet gewesen der welcher mensch packt da eine falle du scheiß keklauer woher hier sind drei leute ich guck dir jetzt einfach zu ganz entspannt ja wo bist du bei mir bist du gar nicht angezeigt wenn ich zocken so vielleicht der sitzung beitreten ich kann die zu schauen ja fick dich ach bist du tot ja leider scheiße ich komme dir gerade zu schauen nächste runde ok warte mal wir können ja eine duo-runde schnell anfangen ne bringt nichts ich wusste jetzt wahrscheinlich sowieso aus fang du einfach einer an naja ok ich bin jetzt weg war rein ne bis heute Morgen jo tschau hau rein wie spott noch sollst du dass noch Auch Nö wenn du jetzt Wer ist denn online? Wer ist denn online? Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Hey, Digga, ich hab wirklich auf Solo gedrückt. Moin. Hey, Digga, das war richtig verpackt gerade. Guck mal, ich hab die Gruppe verlassen, hab auf Solo starten gedrückt. Hast du auf Solo ausgewählt? Hast du das Solo ausgewählt? Ja. Ja, ich hab mich gerade anders gewundert. Ja, ich hab mit. 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 Ich hab mit. Ja, 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 ich hab mit. Ja. Ja. Ich bin nicht, du, ich bin mal nicht planisch. Ich meine, meine Mark. Ich bin kaum auf den Boden geworfen. Allerdings, ähm, springen wir heute Abend. Können wir machen. Ich überlege, nicht mehr auf den Youtube-Kanal machen. Selbst mein Bruder hat einen Youtube-Kanal, wo er aber nur Scheiße holiert. Kann man auch nötig sein dafür machen? Einfach Kanal erstellen. Bei dem Account und dann einfach rollern. Aber der Account muss bei Youtube angemeldet sein. Ihr ist schon im Auto. Also kann ich das gleich heute Abend einfach machen? Ja. Hä, ich höre hier Gegner. Ach, hier. Wo ist denn hier? Ist da Mocke oder? Okay. 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 Läuft. Die, die sind doch eigentlich viel mehr Leute hingerannt. das ist ja 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 tschüss ja wo sind die da ist einer ja 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 Wo ist denn? Hä, wo ist denn? Komisch. Hm. 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 Da war er mal und ist jetzt weg. Das ist irgendwie gerade voll merkwürdig. Ah. 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 Hä? Okay. Als ob ich den nicht treffen kann. Kitter. 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 Tja, 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 tja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. ... Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Das war's für heute. 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 Ah, yeah. Das war's für heute. Ah, yeah. Oh, 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 yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kriegen wir eine 10er Kill. Wie ist das? Dann kriegen wir 10 Kills hier. Komm, das ist noch eine Zone. Okay. 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 Was sind die Ressichten? Wie ist denn das hier? Wer hat mir da gebaut gehabt? Okay, hier ist keiner mehr. Egal, mein Name. Ich war da gerade irgendwo geschossen. Okay. 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 Oh mein Gott. 2hp wahrscheinlich. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Okay.